Bist du schon mal verreist? Und zwar weit, weit weg an einen Ort, an dem dich keiner kennt? Dort, wo echte, grenzenlose Freiheit herrscht, die du spüren kannst. Dort, wo sich ein neuer Horizont erschließt und du deine Freude mit der ganzen Welt teilen kannst. So viele Seen, Berge, unendlich weite Felder, wirst du ein ganzes Leben lang nicht mehr sehen. Schmeiß deine Sorgen über Bord, gib dich dem freien Fall hin. Fühle die Geschwindigkeit, die Kraft, den Adrenalinkick. Entdecke ganz neue Seiten an dir, lass dein Leben vor deinem inneren Auge nochmal an dir vorbeiziehen. Glaub mir, aus Sicht der Erde bist du der Mittelpunkt. Fass dir ein Herz, fühle echte Emotionen, hab keine Angst vor Glück, verrückt zu werden. Denn ganz egal, wer du bist, was du tust oder wie alt du bist, Jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu entscheiden. Für das Echte, für die Altairegion.